Eure Witze, aber wenn der Sportlehrer kommt, dann beende ich das Video. In meinem Beruf treffe ich jeden Tag neue Leute. Frank 26, Scharfschütze bei der Bundeswehr. Der hat seinen AIM trainiert. Was waren die letzten Worte eines Metzgers? Schmeiß mal das Messer rüber. Schwarzer Humor ist wie Essen, hat nicht jeder. Oh, nee, bitte nicht. Wie nennt man einen polnischen Autoschlüssel? Brechstange. Was ist ein Mann in Salzsäure? Ein gelöstes Problem. Wo findet man die kleine Lisa nach einem Bomben am Griff? Überall. Och, nö. Wer hat den ersten Stauf erursacht? Jesus mit seinen zwölf Anhängern. Wie nennt man Tordi beim Sportunterricht? Simulant.